WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 2. Mai 1916. Freddy wurde an die Somme geschickt, während Emils Regiment auf einem Hügel nahe einem kleinen Dorfquartier bezog. Das Dorf hieß Vauquan. Hier hatte der Konflikt sogar die Unterwelt erfasst. Von ihren sicheren Schützengräben aus gruben die beiden Lager Stollen und Galerien. Der Minenkrieg hatte begonnen. Die Flips, kommst du Kompé! Die Flips, kommst du Kompé! Wann den Kroo! Geh! Hey, Walt! Ah! Walt, komm! Ah! Bon chien! Oh, oh, oh. Ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.